Hallo, willkommen zurück hier bei Wild Earth Afrika zu einer weiteren Folge. Dann gehen wir jetzt mal aufs Foto-Tour und machen den Gorongoro-Krater. Ich weiß, warum man das ausspricht. Ich weiß es nicht. So, was kommt jetzt? Willkommen zum letzten Ausflugsziel unserer Tour. Oh, letztes. Wir starten hier bei der Lodge am Kraterrand und arbeiten uns bis zum Kraterboden vor, um uns den Mikrokosmos Afrikas anzusehen. Ist das ein Meteor-Krater? Nein, der Krater entstand vor zwei Millionen Jahren, als der Vulkan Gorongoro explodierte und in sich selbst zusammenbrach. Übrig blieb dieser 259 Quadratkilometer große Kessel. Ein wahres Paradies für Tiere und Pflanzen. Geh hinüber zum Rand, dann kannst du gut in den Krater hinabsehen. Okay, das hier wird auch wahrscheinlich die letzte Folge davon sein, weil mehr gibt es hier dann nicht. Da haben wir es durchgespielt. Der Krater kannst du den Lerai-Wald erkennen. Und das große Gewässer ist der Magadi-See. Wir werden uns nach unten vorarbeiten und uns beide aus der Nähe ansehen. Okay. Geh den Pfad hinab, wenn du bereit bist. Sei vorsichtig und pass auf, wo du hintrittst. Alles klar. Ja, es wird die letzte Folge sein. Mehr gibt es dann auch nicht. Und als nächstes werde ich mal gucken, was ich dann mache als nächstes Retro-Spiel. Ich habe noch so, so viele. Heute kam auch wieder eine große Simulationsbox mit zehn Retro-Spielen. Unter anderem Scania Truck Driving Simulator und Schiff-Simulator 2016, 12? Weiß nicht. Irgendwas. Da ist ein Geier. Ja, schauen wir mal. Jetzt genießen wir noch die letzte Tour durch Afrika. Sind hier Klippschliefer irgendwo? Die sehe ich immer nicht. Boah. Alter. Bin ich ja schocken. Stachelschwein. Klippschliefer. Da. Guck mal. Was ist ein Klippschliefer? Nun, Schliefer sehen aus wie zu groß geratene Meerschweinchen oder Hamster. Aber diese Ähnlichkeit ist rein äußerlich. Tatsächlich ist der Elefant sein nächster Verwandter. Du machst Witze. Nein. Der größte Unterschied ist zwar erheblich, aber sie teilen bestimmte biologische Eigenschaften. So, dass die Wissenschaftler glauben, dass Elefanten, Klippschliefer und Seefühl die gleichen Urahnen besitzen. Okay. Ich stamme auch vom Affen ab, wahrscheinlich. Besten vom Urahn-Utan. Uh, uh, uh. Ja. Ich sehe keinen Stachelschwein und ich sehe keinen Elefanten. Ah doch, hier. Hier ist das Elefant. Wo ist das Stachelschwein? Sitzt es hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Keinen gesehen. Das war ganz schön anstrengend. Warte erstmal ab, wenn es wieder nach oben geht. Ruhe dich ein wenig aus. Danach brechen wir zu einer Zebra-Familie auf, die hier in der Nähe lebt. Okay, vielleicht ist hier das Stachelschwein. Alter, hier ist nur das Elefanten. Ich weiß hier nicht. Da auch gehen. Vielleicht sehe ich das Stachelschwein, aber ich glaube nicht. Da sind die Zebras. Siehst du das ausgewachsene Zebra, das die Herde bewacht? Das ist der Hengst. Er ist das Oberhaupt der Herde und die anderen Zebras sind Stuten mit ihren Jungen. Zebra beim Abwerben eines Fohlens. Beim Retten eines Fohlens. Retten? Wieso retten? Der Hengst schützt die Herde vor Eindringlingen und sorgt dafür, dass die Jungen sich nicht zu weit entfernen. Jetzt kommt hier gleich was, oder? Hm. Okay. Süß, ne? Ich gehe morgen übrigens auch in den Tierpark. Freue mich schon. Kann ich gleich im Affenhauf bleiben, da wo ich hingehöre? Ja, und er möchte eines der jungen Fohlen abwerben, um eine eigene Herde zu gründen. Aber er muss sie für sich gewinnen und das Einverständnis ihres Vaters erhalten. Hm. Keine Ahnung. Wow, wow, wow. Beim Buhlen. Zebra beim Demonstrieren von Stärke. Hm. Oho. Es ist einfach seine Pflicht, herauszufinden, ob der Hengst kräftig und gesund ist. Wenn der eifrige Hengst sich jetzt durch erwiesen hat, wird ihr Vater sie gehen lassen. Ist das die Mutter? Ne. Das ist das Fohlen. Da ist Papi. Und wo ist Mami? Hm. Geht's jetzt weiter, oder? Ich mag Zebras. Los, folgen wir dem neuen Paar. Ja, aber lass uns erst noch einen kleinen Abstecher in den Leerreiwald machen. Okay. Zebras sind wie Pferde. Na gut, es sind ja Pferdeartige, oder? Wie heißt das? Die gehören doch zu den Pferden, oder? Weil eigentlich sehen sie ja wie Pferde aus. Im Leerreiwald leben ein paar der ältesten und größten Elefantenbullen Afrikas. Okay. Nur Bullen? So ist es. Die Hirten streifen durch die bewaldeten Kraterränder. Nur die alten Bullen steigen auf den Kraterboden hinaus. Zurilla. Was ist los? Was für ein Ding? Lass uns durch den Wald gehen. Am Magadi-See stoßen wir sicher wieder auf das junge Zebra-Paar. Nashorn beim Grasen. Ich bräuchte... Ist hier irgendwas? Da rennt doch irgendwas. Ich hör's doch. So mein kleiner Wald. Okay, gehen wir mal hier auf den Hügel. Nashorn? Wo ist dieser komische... Zorilla? Was ist denn das immer Zorilla? Ich verstehe. Ich weiß immer nicht was... Ih, der pisst. Oha. Der lässt einen raus. Wie viele Liter urinieren eigentlich, Elefanten? Das würde mich mal interessieren. Ah, unser Hengst hat ja fast schon eine komplette Herde zusammen. Er muss den anderen das neue Fohlen vorstellen. Und es wird einige Wochen dauern, bis die Bogen es voll und ganz akzeptieren. Warte mal. Da hinten habe ich irgendwas. Das ist ein Glück. Das sind zwei von nur 17 noch in diesem Krater lebenden Nashörnern. Warum sind es so wenige? Wilderei. Vor 40 Jahren gab es noch hunderte. Ich dachte, hier ist ein Zorilla. Na gut. Hallo. War doch jetzt grad. Zebra beim Staubbad. Zebra beim Kratzen. Darf ich mich auch kratzen? Ne, lieber waschen. Warum tun sie das? Das Baden im Staub gehört zu ihrer Körperpflege. So reinigen sie sich vor Parasiten. Das ist aber lustig. Hinken das Zebrauke. Äh. Hinken? Wie hinken? Oh nein. Die Hyäne greift eines der Fohlen an. Es ist die Aufgabe des Hengstes, es zu schützen. Alter. Hinken das Zipper. Lachende Hygiene. Oh, ich hab alles jetzt gekriegt. Ja. Gehen wir hier hoch. Flamingo? Gehen wir rüber zum See, um die rosafarbene Pracht zu bewundern. Zum See? Lass mich in Ruhe. Greif mich nicht an. Ah, da stehen sie schon, die Flamingos. Mag ich auch. Puit, puit, puit. Tausende Flamingos ziehen hierher. Ebenso tausendfach vertreten sind die Gnus. Gehen wir mal um den See herum. Dann werden wir sicher eine Gnuherde finden. Lass euch nicht stören beim Baden. Lass euch nicht stören. Okay, da ist auch schon ein Niedpferd. Wo ist denn da eine Gnuherde? Wahrscheinlich hinter dem Hügel da. Gnu-Kalb. Guten Tag. Lustig. Ein einziges Niedpferd. Die anderen sind bestimmt bei der Arbeit. Ja, wo ist denn das Gnu? Ja, wo ist das denn? Muss ich hier weiterlaufen? Hm. Ah, da hinten. Okay. Hinter dem Wasser. Okay, gut. Ja, es geht ja noch. Wow. Wow, 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 wow. Anders als im übrigen Teil des Eringeti wandern die großen Herden hier im Goro-Goro-Krater nicht umher. Wo ist das Kalb? Sie hätten wohl auch so ihre Schwierigkeiten, über den Krater ranzuklettern. Sie haben einfach keinen Grund, dieses kleine Paradies zu verlassen. Da hier das Ganze ja über ausreichend Futter und Wasserreserven zur Verfügung stehen. Jawohl, haben wir. Huch. Uh, der Löwe guckt schon. Bisschen weggehen. Okay. Ah, wir haben die Fotos. Wir haben es. Rennt um euer Leben. Rennt. Alter. Da geht's da hin. Es geht da hin. Oh Gott. Eine Gazelle. Laufen wir weiter. Wo ist denn da eine Gazelle? Okay. Die lauen erst mal. Ich glaube, wir müssen hinter den Hügel, oder? Gut, da muss man ja aufpassen. Da. Na? Oh. Was ist das? Das nennt man Prunken. Man weiß nicht genau, warum sie das tun. Vielleicht wollen sie die Stärke demonstrieren und mögliche Angreifer verwirren. Scheiße. Fuck. Mist. Wir haben das andere Ende des Kraters fast erreicht. Geh linksfluss aufwärts an der Herde vorbei. Bei dem Wäldchen ist ein Pfad, der zurück zum Kraterrand führt. Okay. Ein Leopard brauchen wir und ein Wasserfall. Hm. Scheiße. Da hinten der Wasserfall, oder? Ein Wäldchen. Da ist ein Wäldchen. Da hinten. Gehen wir über das Wasser drüber. Oh Gott, wo ist denn der Leopard? Leopard, wo bist du denn? Ich seh kein Leopard. Ich glaube, da ist ein Baum drin. Nee. Wenn wir angegriffen werden, dann wissen wir's. Dann brauchen wir nix mehr. Dann freue ich mich das Wasserfall mehr. Ah, hier ist der Pfad. Achso, okay. Da. Gehen wir mal hier hoch. Ist der neben der Pfad oder so? Ich seh nix. Mal weiterlaufen. Der ist jetzt bestimmt irgendwo. Hier. Wunderbar. Leopard was... Was für ein Ausblick. Du hast deine Arbeit als Fotograf hier in Afrika wirklich gut gemacht. Ich würde mich freuen, in Zukunft noch einmal mit dir zu arbeiten. Ja, ausgezeichnete Arbeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, hat er es. Für die Erde und ihre Bewohner kann man nie genug wissen. Ja, cool. Das war's mit dem Spiel. Kann man mal beenden. Okay. Ja, das war's. Also, das sind alles. Es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Fototouren. Ja, als der Werder-Spiel sich holen möchte und das auch mal machen möchte, der kann sich's gerne tun. Ich glaube, auf Amazon oder auf Ebay gibt's das bestimmt auch irgendwo. Das verkaufen doch bestimmt welche. Wild as Afrika, das ist ein altes Spiel von 2006. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Retro-Spiel hier bei World Gameplay. Bis dann. Würde mich freuen. Tschüss. Tschüss.